Die Glaswerkstatt Derix in Kevela. Hier entstehen sie, die bunten Fenster, die irgendwann das Licht der Kirche erhellen sollen. Eineinhalb Jahre arbeiteten die Schweizer Künstlerin Romy Fischer und Herbert Janssen an der Gestaltung. Gar nicht so einfach, denn jeder Farbton bei dieser Arbeit muss stimmen. Anfang 2012 ist es dann endlich soweit. Der erste von drei Teilen der Fenster wird eingebaut. Zwei Jahre später folgt dann der zweite Teil. Ein langer Prozess. Die Freude der Künstlerin war deshalb groß. Ich war völlig überrascht. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Aber wenn es dann tatsächlich so ist, ich habe das ja in der Werkstatt gesehen und wir waren auch zweimal in der Kirche. Wir haben eine Probe gemacht hier in der Kirche und haben geschaut, wie wirken die Gläser, geht das mit diesem Gelb? Was müssten wir denn noch optimieren, wenn? Und ich war irgendwie, hatte ich das Gefühl, gut vorbereitet und doch, wo ich jetzt heute Morgen da in die Kirche komme, bin ich einfach total überrascht und auch erfreut. Und es ist irgendwie jetzt so das Werk fertig. Eingesetzt werden die Fenster in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde in Mittelmeiderich. Ein weiterer Schritt zur Verschönerung der Kirche, die bereits 2006 saniert werden musste. Wie auch viele andere der älteren Kirchen wurde auch sie mit den Jahren brüchig. 2009 feierte sie dann die Wiedereröffnung. Die neuen Fenster bilden dabei eines der Highlights. Mit einem zarten Königsblau und feinen Rottönen entsteht hier ein ganz eigenes Lichtkonzept. Für Frederik Kossmann, den Pfarrer der Kirche, hat dieses Projekt eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Wir haben auch geguckt, wie sind jetzt sozusagen der künstlerische Aspekt, was heißt das auch theologisch, wie kann man das Ganze umsetzen. Da sind wir immer in Kontakt geblieben in der Zeit und daraus ist eine Freundschaft erwachsen, die uns sehr gut tut und einfach sehr schön ist. Doch so schön das alles aussehen mag, alles kostet Geld. So kam auf die Kirche für die Sanierung und die Fenster eine Summe von mehreren hunderttausend Euro zu. Um eine solche Summe stemmen zu können, gründete sich 2005 ein Förderverein, der die Kirche in diesen Angelegenheiten unterstützen wollte. Mit dem Namen Prodomo sammelte der Verein schon mehr als 500.000 Euro. Jetzt feiert er sein zehnjähriges Bestehen.